Yeah, yeah, Fischigang, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Freunde, wir spielen heute das allererste Mal, auch auf YouTube, das allererste Mal, Freunde, Hide and Wit. Bedeutet, wir suchen die Leute und dann erzählen sie einen Witz. Und wenn er lustig ist, dann überleben die und wenn nicht, dann nicht. Freunde, und mein Humor ist kaputt genug, aber von wem der Humor auch kaputt ist, ist von... Allöchen, was geht, Mann, was geht, Fischigang? War das gut? War gut? Wollen wir noch? Ja, kriegst du eine Mammung, bitte? So, Leute, wie gedacht, sucht euch gute Witze raus. Ihr bekommt von uns ein paar Minuten zu verstecken und dann sehen wir uns gleich. Abfahrt. Freunde, wir suchen die Party Peoples und wir gucken, ob wir die finden. Brexit suchen wir zusammen, wir beide suchen uns zusammen. Ja, klar. Okay, dann gehen wir von Haus Richtung Haus. Zu Haus, ja. Und dann Abfahrt. Oder von wo die Harpune? Warum sind hier Metz? Mein Kopf ist kaputt, es sind Metz! Warte mal, haben wir das Haus jetzt durchsucht? Nein, ich glaube, es gibt einen Keller, oder? Ich glaube, es gibt noch einen Keller unten, wo... Ja, ah, ja. Hast du jemanden? Guck mal, ja, nein, 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 noch nicht, aber Tür ist offen. Achso, hier gibt es gerade keine Tür. Hier gibt es keine Tür und hier ist auch niemand. Tamam, dann gehen wir weg. Wir gehen raus. Ja, natürlich. Guck mal, wie er sich versteckt hat. Wo? Zeig! Schade! Guck mal, hier drunter ist einer. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, nein? Wollen wir wetten, nein? Aber du weißt, wetten machen nur die... Nein, okay, das sage ich nicht. Komm, wir gehen in den nächsten. Ist auch nicht. Im Gewicht. Wollen wir wetten, die sind einfach irgendwo bildlich versteckt. So, diese unauffälligsten Verstecke sind die wildesten Verstecke. Weißt du, was ich meine? Mhm. Guck mal, hier war... Nein, ich habe einen Fisch! Oh! Abo! Wer bist du? Oh, komm mal da runter. Sag mir deinen Witz. Gib uns deinen Joke. Und wenn wir lachen, dann bist du weiter und das ist nochmal neu. Okay. Wie viel wiegt deine Frau? Frag mich bitte etwas. Boah, er geht auf deine Frau! Boah, er geht auf meine Frau, Bruder? Spaß, Spaß. Wie viel wiegt deine Frau? Meine? Frag mich bitte was Leichteres. Okay. Krag mich so. Boah. Abo, er sagt doch... Abo, du hast Glück, dass ich keinen habe. Wie fandest du den von 1 bis 10? Frag mich bitte was Leichteres. Der war schon gut, muss man sagen. Der war richtig gut. Ey, findest du? Ja, ich finde den gut. Ich fand den nicht so gut. Also ich... Frag mich was Leichteres. Ja, dann entscheidest du, ne? Ach, frag... Ach, das war... Oh mein Gott, Bruder. Ich dachte... Frag mich was Leichteres. Okay, ich fand den auch gut. Er hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezauert, aber erst, wo Braxis gesagt hat. Deswegen, du darfst ihn nochmal neu feststecken, komm. Komm, wir gehen in die andere Richtung. Irgendwo auf dem Baum war einer, aber den unternehmen wir gekonnt. Aber hier ist safe einer. Safe! Guck mal oben, man, diese. Guck mal oben, safe wieder da. Oh! Oh! Noch einer. Einfach noch einer. Was der gleiche? Wer bist du? Hallo. Rede! Spaß, Spaß. Hallo. Ja, was ist dein Witz, Lombi? Guck mal, Braxis hat doch so wieder... Unlustigen Witz ausgehauen mit Fischigängen und so, gell? Ey, 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 ey. Ja, oh, ey, ey. Was? Wacht doch unter das Haft, sag, sag. Sag doch. Braxis, warum bist du so? Sag mal Witze. Sag doch deinen Witz jetzt, ich zähle bis 5. Eins, zwei, drei, vier, schwul. War das dein Witz? War das der Witz? Ja. Okay, Digga, da, ey, Bruder. Dann kriegst du erst mal einen anderen Headshot, Alter. Warum sagt der Bananagang, es ist nicht cool? Ich hab den Witz jetzt nicht verstanden. Ich auch nicht. Also, das hat jetzt nicht... Ich fühl mich nicht persönlich angegriffen. Sag ich dir real talk. Ey, ich hör irgendwas. Da war Feuerwerk. Gibt es Feuerwerk in Fortnite? Hallo? Ich stelle dir mal vor, einer hat sich die Maus versteckt, weil wir da durch waren. Weißt du, boah. Boah. Da wär auch so... Zeigung. Was heißt das eigentlich? Guck mal, da oben ist safe, einer. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, wer die denken, dass die schlau... Hä, Digga, wie real talk jemand schießt mit Raketen, ne? Na ja, hinten, da wo. Thomas schießt nochmal. Komm, mit Eier schießt nochmal. Schießt nochmal, komm. Er macht... Abo hier. Er macht wirklich, ich hab gesehen. Er macht wirklich, Digga. Guck mal, guck mal. Das war... Eigentlich kann nur Abdo sein, das ist Abdo. Abdo, warum? Komm mal runter. Komm mal runter, Abdo. Na okay, komm nicht runter. Was ist dein Witz? Er holt dich runter. Er kommt runter. Na oh, ey, ich wollte dir keinen Backpfeifen geben, Digga. Was ist dein Witz? Was macht Mohammed am Strand? Hauptsagen. Ich distanziere mich von diesem Schock, Bruder. Ich weiß nicht. Das Ding ist, ich kenn Mohammed nicht. Das sind Feinde. Das sind Feinde, Feinde. Ach so. Ich war schon grinsend im Gesicht auch mit Mohammed. Okay, deswegen. Insider, keine Ahnung, Bruder. Wenn du sagst, Tamam Safi. Guck mal, den. Aui. Braxist killt den einfach ab. Das tut mir leid, das war Insider. Deswegen, ich glaub, weißt du, ich glaub, die... Movi ist einem so mal an die Killern zu gehen. Aui. Die, die... Die ist aus. Guck mal, guck mal, guck mal. Eis, warum bist du so lost? Wieso? Er guckt um die Ecke, er macht auf Dings. Wo ist das denn? Er tut's halt, wenn man ihn nicht sieht. Bei uns? Hier, drüben. Drüben. Okay, Eis. Hau raus. Enttäusch mich jetzt nicht. Was ist freundlich und stinkt das Geburtstagskind? Was ist freundlich und stinkt? Freundlich und stinkt das Geburtstagskind. Was ist freundlich und stinkt das Geburtstagskind? Mit dem E-Mod ist das schon stabil, aber... Aber verfolgen dich Bienen, Bruder. Wohin? 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 Bruder, ich bin verwirrt mit seinem Witz. Also, Bruder, also... Also, real talk... Also... Guck mal, du weißt selber Eis. Du siehst selber, du läufst weg. Warum läufst du weg? Also, was für Geburtstagskind stinkt? Das ist so viel, Bruder. Also, für mich so. Hallo. Welches Geburtstagskind stinkt denn? Ich kann sagen, ich war immer duschen, Dinger. Ich auch. Also, an meinem Geburtstag aber sonst nie. Schwarz. Okay, guck mal, wer ehrenlos ist, boah, wenn jemand auf dem Baum ist, ne? Ah, boah, ich baue jeden Baum ab. Also, nebenbei, wenn wir rumgehen, fahren von Gebäude zu Gebäude. Guck mal, ich gehe wieder in dieses Gebäude rein. Ich glaube, in dem Gebäude waren wir noch nicht unten. Weil hier ist noch ein unten. Und diese Dächer sind so komisch. Guck mal, da. Guck mal, wer bist du? Hast du ihn gefunden? Wer bist du? Ah, nein, du warst schon, du warst schon, ne? Warst du schon? Dann, schade, alle clever. Weg mit dir. Ne, ein Satz mit X. War wohl fix. Ne, warte mal. Gibt es nichts. Komm, wir machen so, wer die nächste Person findet, die entscheidet, ob die Person lustig ist oder nicht. Okay. Ich gehe auf den Baum. Ich gehe auf den Baum. Ich habe ihn gefunden, hier auf dem Baum. Nein, Lüge. Hier ist einer auf dem Baum, ich schwirre. Schieß ihn an. Schieß ihn. Nein, ich kann ihn nicht anschießen. Wo ist er? Das ist meine Freundin. Ach so. Komm raus. Guck mal, du kennst meinen Humor, ne? Ich enthalte mich. Du kennst meinen Humor, wenn er nicht lustig ist. Der wird sowas für nicht lustig sein. Okay. Und zwar habe ich heute meinen Stuhlgang erledigt. War heute ohne mein Handy auf Toiletscher. Dabei bemerkt, ich habe 245 Fliesen im Rad. Das ist korrekt. Habe ich richtig raten? Du hast gezählt deine 255 Fliesen. Kann das sein? Oh mein Gott. Ich weiß, warum sie das sagt. Und dann guckt man, dann sieht man die Fliesen. Ja, also guck mal, ich enthalte mich so, das ist dein Ding. Ich finde das schon okay. Also ich enthalte mich. Guck mal, wir drehen uns beide um. Und wenn du dann noch hier bist, dann bist du noch hier. Und wenn nicht, dann bist du weg. Drei, zwei, eins. Oh, sie ist weg, Bruder. Wir gehen nochmal neu. Nein, ich fand den... Amol, sie hat sich einfach versteckt, ehrenlos. Guck mal, ich fand den lustig. Also... Okay, wir suchen weiter. Guck mal, guck mal, guck mal. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, Bruder? Hier. Warum? Mit Dings, du ekeliger. Er spielt mit den sowasischen... So, jetzt erzählst du mir erst mal den Witz, Alter. Du entscheidest. Du entscheidest, komm. Ja, erzähl mir mal den Witz. Wer bist du? Das ist die Mehrzahl von Rettich. Mehr Rettich. Will you talk? Aber wie ist Scheiße? Hey, aber boah. Oder Mehr Rettich, was ist das? Für mich war gut, wenn du willst. Ja, das war gut, aber das sind so klug. Ja, aber das ist... Ja, das ist so... Wir beide sind nicht so schlau. Ich bin nicht kaputt. Achso. Ja. Guck mal, ich würde zum Beispiel sagen, soll ich dir einen Witz erzählen, jetzt mal Real Talk? Ja, einen guten. Okay. Äh. Ich fand den gut. Digga, warum finden keine Leute? Die kommen auch aus den Bäumen raus. Ja, ich kenne auch einen Witz. Soll ich dir erzählen? Ja. Sagt der einen Pickel zu dem armen Pickel, wo ist meine Freundin? Ja. Sagt der abgegratzt. Warum? Das habe ich mir gerade selber ausgesagt, Bruder. Warum? Äh, was warum? Das war doch richtig gut. Warum? Guck mal, wir machen so... Guck mal, gleich, ich sage so wie es ist, gleich, Baum verboten, oder? Sei ehrlich, Baum verboten. Ist sowieso verboten. Ja. Alle Leute, die auf dem Baum sind, ich suche euch nicht. Gucken wir, wie man runter springt. Warum ist der Rabe weggeflogen? Weil wir hier raufgelaufen sind. Achso. Wo steckt euch? Wo sind die, wo sind die? Äh... Ich sehe niemanden, ne? Glaubst du mir, ich sehe niemanden? In dem Busch drin. In dem Busch. Nein. Wo? Irrenlos. Digga, ich baue das Gebäude ab. Digga, wo seid ihr? Ich muss ganz ehrlich sagen, der Nächsten, den ich sehe. Den killst du einfach so, ne? Na, der, der, der ist nicht witzig. Okay. Also Brexit sagt auf Ansage, er killt gleich jemanden einfach. Digga, bei mir Gebäude abgebaut. Bruder, Brexit ist Gebäude abgebaut, ist das keiner da? Komplett Gebäude abgebaut. Ich weiß, was ich mach. Real talk. Er fackelt das Gebäude ab. Ich weiß, was ich mach. Aber das Gebäude ist doch nicht so groß. Wir sehen doch alles von dem Gebäude. Ja, ist doch kein Problem. So, Freunde, Gebäude Nummer 2 wird auch abgebaut. Und abgebrannt. Guck mal, wenn du da reingehst, dann flambierte Banane. Wusstest du das? Nein, nein. Und bei mir ist Bugsisch. Boah, ey. Da geht jemand. Guck mal, ihr seid so hässlich da oben, ne? Warum geht ihr rum? Nein, das ist, das ist eben näher dran. Irgendwo ist einer hier. Bruder, warst du das mit den Splash? Nein. Ich wurde gesplasht. Hier fliegt einer. Ja, ja, von denen da oben. Digga, da danced einer irgendwo. Bruder, komm mal hier hin. Einer traut sich, ne? Irgendjemand traut sich zu werfen. Ich hab einen, ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Komm mit, Bruder. Ich bin da. Hier, hier, hier. Ich bin da, Superstar. Bleib stehen, Superstar. Ich tüte dich. Ich bin Superstar. Oh, das ist meine Freundin. Das ist mein Job, ne? Das ist natürlich auch nix. So. Babe. Frage. Ey, Witz. Darf ich noch mal? Wie hätte das noch? Ach so. Eigentlich nicht. Aber mach noch einen. Wie so im Moment, wenn du ganz leise in einem tollen Fahrstuhl pupst, entspannt rausgehst, weil du denkst, keiner hat's bemerkt. Du dann aber die Schreie deiner Abwehr hörst. Witzig. Also Real Talk, wir reden später nochmal nach der Aufnahme, warum du so mit Pupsen und Kacken und so machst. Wurde, komplette Gebäude kaputt. Komm runter. Guck mal, Abo, mehrere Leute. Abo, doch nicht. Ist da, ist da einer? Wir zahlen das hier. Nein, nein. Also Real Talk, ne? Digga, das ist, guck mal, gleichsam keine Gebäude da. Ansonsten, wir machen gleichsam was mit Dancejoker. Bravo. Guck mal, keiner. Digga, Bruder, die wollen mich doch fragen. Was ist das, Bruder? Ich hab eigentlich gehört. Bei dir? No. Da, einer. Okay. Mr. Tanbaum. Mr. Tanbaum. Dein Joke. Ich habe ein Quiz. Ein Quiz? Ja. Was ist fett, Alter? Er hat seine Wahl und kann, äh, ist schlecht in Fortnite. Ähm, meine Mutter, äh, was? Bitte? Ich weiß. Was? Sag. Guck mal, ich weiß, aber ich kill dich, wenn ich weiß, was es ist. Ja, okay. Okay? Ich weiß auch was. Ja, komm. Odoman? Ja, komm, können wir. Ja! Hihi! Braxist macht nächstes Haus kaputt. Warum? Höh! Da! Hihi! Guck mal! Neee! Wow, Digga, das ist dein Job. Das ist dein Job, ne? Da braucht es noch einer. Du weißt, wer das ist. Komm her. Du weißt, wer das erbrennt. So. Okay, wann, ihr be dein Willenschwarz? Erzähl mir das noch. Hey, wo ist der andere denn? Okay. Äh, wie nennt man einen Ritter ohne Helm? Wilhelm. Wie nennt man einen Ritter ohne Helm, Wilhelm? Aber wieso Will? Weil er möchte den Helm. Weißt du? Ach so. Also, sag du, ich war die Kunde. Oh, ich bin alles leer. Wie viele Leute sind, wie viele Leute, warte mal. König. Wie viele Leben denn noch? Ice Cream. Braxist wirst du, Mann, ne, geh weg. Warte, Braxist, wo bist du? Wo bist du? Hier. Hinten. Aber warte, wer ist da noch dran? Ice Cream? Wasch, down. Zombie down. Clever Axe down. Abdo down. Alle down, außer König. Alle down, außer König. Und er ist in der Nähe. Also, König, du gewinnst erstmal. Aber. Du gewinnst nur, wenn dein, wenn dein Joke gut ist. Ja, jetzt ist alles bei dir. Wo, na? Ey. Guck mal, er war unsichtbar. Er war hier. Er war so. Ciao. Er war so. Ja, okay, aber verdient. Verdient. Ja, okay, pass auf. Pass auf, warte mal ein Witz, ja? Okay. Okay, okay, alles. Okay. Kommt ein kleiner Junge, fragt ein Mann, weißt du, wie eigentlich hässliche Kinder entstehen? Sagt der Mann, nö, keine Ahnung. Sagt der kleine Junge, du meinst, deine Eltern fragen. Erste Frage ist, warum gehst du jetzt auf unsere Eltern? Zweit Frage ist, warum sagst du ein bisschen hässlich? Meine dritte Frage ist, warum holst du jetzt wie eine Memme? Wie, 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 wie warst du? Okay, okay, warte, warte. Äh, kommen zwei Kekse um die Ecke, werden beide überfahren, sagt der eine zum anderen, komm, wir verkrümeln uns. Ja, der ist stark. Der war wild. Aber der andere davor war nicht gut. Nein, aber Braxis, komm, Abschluss, du machst Witz. Du machst Dings. König war der Gewinner und bei dir dein letzter. Joke. Ähm. Ich fand den gut, Bruder. Geht ein Albaner zum Einkaufsladen rein. Ja. Nimmt einen Einkaufswagen. Ja. Und geht dann zur Kasse. Ja. Und sagt, hallo Frau Kassiererin, ich küsse doch dein Herz. Lass mal alles umsonst auf korrekt, weil du bist die Beste. War doch, war das der Witz? Das war, guck mal, wenn du den richtig so in dich so hineinsuchst, ne, wenn du darüber nachdenkst, je länger du darüber nachdenkst, desto geiler wird. Ey, der war gut, Digger. Freunde, ich würde sagen, damit verenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, checkt gerne Braxis ab und die anderen auch alle. Ähm, ihr wart alle lustig. Ähm, ja. Und killt ihr alle, Digger, killt ihr. Ich kill auch Braxis, Digger. Oh, du bist bei mir im Team. Freunde, bis morgen. Ciao. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm.